Hallo meine lieben Freunde der gezeichneten Geschichte. Ich habe euch heute etwas Kontroverses mitgebracht. Der Comic an sich gar nicht so sehr, aber meine Meinung dazu. Nämlich von Garth Ennis an Derek Robertson und The Boys. Der Comic hat natürlich Berühmtheit erlangt durch die Fernsehserie. Aber er war natürlich auch schon vor ein großer Kult-Comic. Jetzt muss ich auch fassen, dass ich hier vier Seiten aufblättere, weil der Comic ist typisch Garth Ennis sehr, sehr brutal. Ich muss aber sagen, ich mag The Boys gar nicht so sehr. Und ich weiß, jetzt wird es eben etwas kontrovers. Die Serie ist, finde ich, erstens besser als der Comic. Der Comic ist ja an sich eine Persiflage auf Avenger und so weiter, auf diese ganz klassischen Helden-Comics. Der ist schon okay, aber wie gesagt, er hat mich einfach nie so gehuckt. Ich mag aber auch Superhelden-Comics gar nicht so sehr. Batman zählt da nicht, denn Batman ist kein Superheld, darüber diskutiere ich nicht. Aber die Serie ist, wenn schon, finde ich besser, denn sie hat auch eine Meta-Ebene. Auch die hat mich nicht super abgeholt. Aber ich vermute, ihr mögt The Boys, oder? Schreib es in die Kommentare.